So, haben wir irgendwas bekommen? Ich habe jetzt eigentlich gar nicht geschaut. Oh, nicht schlecht. 17 bis 24. Schauen wir mal unseren an. 14 bis 19. Okay, 36, 36, 4. Jetzt haben wir hier noch einen 40 plus 2. Gut. Und der Stab ist nicht gezählt. Gut. Hm, komisch ist er. Also. Also, die FPS wurden jetzt schon ein bisschen besser. Ich hoffe, es ist in der Stadt auch gut. Gut. Irgendwie hat Fraps am Anfang ein bisschen Probleme, wenn man sie anstellt. Ja, und dann bis es sich ein bisschen beruhigt hat. Ja, es ist nicht gerade ein gutes Aufnahmeprogramm. Aber trotzdem ist es das einzige Programm, was ohne Soundbugs aufnimmt. Und auch nicht so extrem viel Leistung braucht. Obwohl eben am Anfang extrem viel Leistung braucht. Also es ist so, ja. Ich müsste den Fraps eigentlich am Anfang anmachen. Und dann, wo ich sowieso nicht aufnehme und so. Also das war warten, bis es halt ein bisschen eingestimmt hat. Und dann erst aufnehmen. Dann wird es auch lagfrei passieren. Weil jetzt habe ich momentan gerade Anzeige. Ja, um die 24 FPS. Also eigentlich flüssig. Und das ist gut so. Ah, jetzt ist es gerade bei 12 runter. Also es liegt eh am Spiel. Da kann ich nichts dafür. Und auch Fremds nicht. So. Ich muss noch nordwestlicher Strand. Zum Elisys war ich. Ja, nordwestlicher Strand. Und dann noch die Orks töten. Okay. Leder mich ein. Okay. Ein Orkknecht. Sind die Orks nicht hier irgendwo? Ja, hier. Greif ihn an, dem Mond. Ach, wachfleisch draus. Da kann man schon ein paar Gegner töten, bevor er verschwindet. Also der Dämon ist sicher richtig gut spät. Ja, jetzt momentan ist er halt ein bisschen newsless, aber im Endeffekt er schnell. Wow, ich kann den Dämonen schon wieder beschwören. Richtig geil. Aber ich habe zu wenig Mana. So Dämonen-Runs könnte man machen. Die ganze Zeit Dämonen. Aber dafür braucht man bessere Items, also. Also, vor allem cool zu down reduzieren, gibt es das überhaupt. Das wäre nämlich cool. Aber wahrscheinlich wird der Erste dann sterben, wenn wir den Zweiten beschwören. Später gibt es jetzt Zombies und zwar, da leben wir wahrscheinlich länger noch welche. Aber richtig, richtig gut. Ach, eben das zu weit entfernt. Ne, hilft langsam. Geilft an! Die halten fast nichts aus. Dämonen, besieg den Ork. Und beschütze mich. Ja, schnittlauch. Greif die nahe Dämonen. Und ich setze Käferschwammein. Iiii, er stinkt. Grässlich. Ja, toll. Ja, okay. Ja, ich bin immer noch trotzdem extrem überlegen. So, noch einen Kamm. Imps, tötet diesen Ork. Kerferschwammein. Und er haut ab. Dieser Feiglin. So gehen wir an den Strand und laufen hoch bis zum nordwestlichen Strand. Wer Suppe sucht, please pain me. Ich bin eine Suppe. Welche Art Suppe denn? Welche Art Suppe denn? Ich mache gerade ein bisschen. Ich mache gerade ein bisschen auf Ironie. Heute ist schon schlimm, wie viele Menschen nicht Ironie kennen. Man muss ihnen das beibringen, wenn man sie hart trifft, weil sie nicht schenkt, dass das Ironie ist. Nein, das doch nicht. Und sie schreibt nicht zurück, sie ist beleidigt. Ja, such doch gerade alles. Suche mehr Papst, Schützen und Besches, auch Hexer. Und du meinst? Ja, alle wollen fessy Turn-Up sind zu werden, da? Nicht normal. Ach, komm, Hörerflecken. Ich will ein schönes, ruckelfreies Spiel. Also mach, was ich dir sage. So, Weststrand. Das ist schon mal falsch. Wir müssen noch weiter. Ja, ein paar Ankündigungen noch kurz. Ich werde natürlich Reign of Shadow. Ja, Reign of Shadow. Ah nein, das ist das. Was sage ich da gerade? Ähm, das Ding, das Otto und Diablo 3 sage ich jetzt einfach. Reap of Souls, ja stimmt ja. Also ich werde Reap of Souls natürlich, let's playen. Eventuell vielleicht nicht. Ja doch, ich werde das ganz, let's playen. Und bei Path of Exile einfach ein paar Let's Shows machen ab und zu. Ich werde es weniger spielen momentan, weil es momentan einfach extrem leckt. Also ähm, rubberbanding, also ähm, wie sagt man, ähm, death-sync-Probleme. Also, dass die Gegner im falschen Ort sind, so wegen dem Ser, einfach die Probleme gibt und ähm, solche Sachen. Und auch ein bisschen das Balancing ein bisschen kaputt ist. Aber, ja, ab und zu werde ich ein paar Let's Shows machen und dann werde ich noch mit Evil 2, ähm, Conquer the World weitermachen. Und so weiter. Ähm, mal schauen, die Realtes Call Sky, weil ich so momentan so viel Bock habe. Ja. Also, ähm, wir sind im nördlichen Strand angekommen, also könnten wir eigentlich wieder zurück. Also seid gespannt, es wird sehr viel Abwesung auf meinem Kanal kommen. Und, ja, da ich gerne Feedback gebe und so, werden wahrscheinlich bald auch ein paar Feedbacks zu Let's Player kommen oder zu anderen Kanälen. Und, ja, bin gespannt, wie das ankommt. Ich hoffe ein bisschen mehr. Juuu, ich hab nen Fehler gefunden. Ist ja so selten bei Rechnung. Ein Mapping-Fehler. Schade, dass immer alles abgefarmt ist in diesem Bereich. Ich hätte jetzt gedacht, wir finden einen Gestein. Aber nein. Wieso auch? An dem Let's Player hilft man doch gar nicht. Man schaut die Videos ein. Bis罐. Bei.